Ich komme jetzt zu den restlichen Beschlussempfehlungen der Drucksache 20-41-59. Wer stimmt der Beschlussempfehlung mit der Drucksache 20-41-59 zu? Das sind jetzt die restlichen Petitionen. Das sind die CDU, Bündnis 90, die GRÜNEN, die Sozialdemokraten, die Linke, die AfD und die Freien Demokraten. Stimmt jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir die Beschlussempfehlungen so angenommen. Wie gesagt, Petition 1588-20 wurde dem PTA zurücküberwiesen.